Wir haben uns einen Hängesessel von Home Deluxe in der Twin-Variante gegönnt und wer das volle Review sehen will, unten in der Video-Info, wenn ihr auf TikTok seid, nach Santitan und Hängesessel auf YouTube suchen. Als der angeliefert wurde, habe ich schon richtig Panik bekommen, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich da bestellt? Oder Frau Santitan? Aber, naja, mit dem Stanley-Messer kriegt man alles raus und wie ich in meinem Review auch schon gesagt habe, das Ding ist richtig krass verpackt. Lil Santi hat mir da geholfen, wir haben, weiß ich nicht, wie viele gelbe Säcke da verarbeitet, das war echt krass. Also das Ding kann gar nicht beschädigt bei euch ankommen, beziehungsweise auch gar nicht verkratzt, weil du brauchst einfach 20 Minuten, um das Ding auseinanderzunehmen. Ansonsten gibt es noch nicht so viele Teile, die man verschrauben muss, sondern im Prinzip nur ein paar Schrauben, die man befestigt und dann hängen diese Stangen schon. Oben gibt man dann noch so ein kleines Hängelteilchen dran, aber das folgt in Part 2.